Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge vom Kein-Limit-Podcast. Heute zu einem Thema, das viele von euch angefragt haben, nämlich Leute, wie finde ich meine eigene Leidenschaft? Und passend dazu haben wir heute fünf Tipps, wie ihr eure eigene Leidenschaft finden könnt und diese Leidenschaft auch nutzen könnt, um sie entweder zu einem Beruf zu machen oder eben als Hobby neben eurem Beruf auszuüben. So, wir fangen direkt an mit dem Tipp Nummer eins. Der erste Schritt, eure Leidenschaft zu finden, wenn ihr sie noch nicht gefunden habt, ist, dass ihr aus eurem bisherigen Framework rauskommt. Weil, wenn ihr das richtige Framework hättet, hättet ihr eure Leidenschaft bisher schon gefunden. Das heißt, alle negativen Glaubenssätze, die ihr jetzt gerade habt, alle Dinge, die ihr jetzt gerade plant, alles, was ihr jetzt gerade macht, das müsst ihr erstmal kurz vergessen und versuchen, unabhängig davon zu denken. Weil vielleicht ist eure Leidenschaft in einem ganz anderen Bereich, den ihr bisher noch gar nicht auf dem Schirm hattet. Und da gibt es auch ein geiles Beispiel, nämlich viele Leute, die später erfolgreich wurden in einem Bereich, wurden vorher in diesem Bereich von anderen schlecht bewertet. Da gibt es ganz berühmte Beispiele von Basketballern. Stellt euch einfach vor, ihr kriegt eine schlechte Note in Kunst und sagt euch dann, okay, ich kann kein Künstler werden, aber am Ende seid ihr vielleicht der beste Künstler der Welt und euer scheiß Kunstlehrer hat einfach keinen Geschmack gehabt, whatever, keine Ahnung. Aber ihr solltet das auf jeden Fall nicht von eurem bisherigen negativen Glaubenssätzen abhängig machen. Tipp Nummer zwei ist einfach nur, dass ihr das beachtet, Leidenschaft ist individuell. Und wenn ihr jetzt in eurem Umfeld Leute habt, die andere Dinge cooler finden, dann müsst ihr euch nicht daran orientieren. Ihr müsst das für euch selber rausfinden. Nur weil andere das machen, was sie machen, heißt das nicht, dass es für euch auch passt. Und das merkt ihr allein, wenn ihr auf euer Bauchgefühl hört. Wenn ihr euch anpasst an die anderen, wie fühlt ihr euch dabei? Ist das was Cooles? Wird ihr das genauso machen? Oder habt ihr eigentlich ständig das Gefühl, euch anzupassen und dass ihr nicht so ganz reinpasst? Das ist nämlich ein gutes Zeichen dafür, dass ihr vielleicht nicht eins zu eins die Dinge machen solltet, die die anderen machen. Nummer drei ist, und das ist eigentlich der eigentliche Tipp, der dahinter steckt, es führt keinen Weg dran vorbei, als viele Dinge auszuprobieren. Erfahrungen zu sammeln, mal aus eurem bisherigen Umfeld rauszukommen. Wenn ihr euer ganzes Leben lang in einer kleinen Stadt lebt und da niemals rauskommt, dann ist das eure Welt. Ihr habt nichts anderes gesehen. Versucht mal rauszukommen, versucht neue Leute kennenzulernen, versucht neue Dinge auszuprobieren, versucht in andere Länder zu fliegen, Kulturen mitzubekommen, um mal zu sehen, Alter, die ganze Welt hat noch so viel mehr zu bieten, als ich bisher vielleicht wahrgenommen habe. Und auf diesem Prozess werdet ihr automatisch Dinge feststellen, die euch gefallen. Und ihr werdet da irgendwo auf Dinge treffen, wo ihr sagt, ey, wenn ich das jeden Tag machen könnte, dann wäre ich der glücklichste Mensch der Welt. Und das ist dann eure Leidenschaft. Nummer vier, das sind strukturierte Fragen, die wir euch geben können. Und hier muss ich ganz kurz anmerken, diese Tipps, die ich euch jetzt gebe, die basieren auf dem Buch Finding Your Element von Ken Robinson. Falls ihr das noch nicht kennt, dann erholt euch das sehr gerne. Wir haben euch einen Link in die Beschreibung gesetzt. Super cooles Buch und dahin stammen die Tipps aus. Und auch die Fragen, die ich jetzt euch vorlesen werde. Notiert euch die am besten, weil die sind super hilfreich. Da könnt ihr strukturiert vorgehen, die Fragen beantworten und habt eine viel bessere Grundlage, eure Leidenschaft zu finden. Und die Fragen lauten, Frage Nummer eins, was würdest du gerne jeden Tag tun? Frage Nummer zwei, was lässt dich die Zeit vergessen? Frage Nummer drei, nach welchen Suchbegriffen stöberst du gerne? Nummer vier, welche Ideen würdest du gerne umsetzen? Und Nummer fünf, worin bist du besser als viele in deinem Umfeld? Schreibt euch die Fragen gerne auf und beantwortet die. Da kriegt ihr eine super gute Einschätzung darüber, was euch motiviert. Vielleicht findet ihr auch Dinge, die ihr bisher gar nicht so wahrgenommen habt. So und jetzt der letzte Tipp. Umgebt euch einfach mit Leuten, die dann diese Leidenschaft teilen. Also wenn ihr eure Leidenschaft gefunden habt, ist es das Beste, das richtige Umfeld aufzubauen, sodass ihr weiter motiviert seid, weiter neue Inputs bekommt, und die euch darin motivieren. Und das ist wirklich der beste Tipp, den wir euch geben können. Umgebt euch einfach mit den richtigen Leuten, die das gleiche Mindset haben und ihr werdet automatisch euch wohler fühlen, glücklicher sein und auch weiter wachsen können. In dem Sinne, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Folge fandet. Sorry für die Bildprobleme. Liegt hier am iPhone. Ich hatte aufgenommen, aber irgendwie hat es das Bild dann gelöscht ab oder bis Minute vier oder so. Deswegen sorry dafür, aber ich glaube, ihr konntet es bisher auch anhören. Im nächsten Podcast passt es auf jeden Fall wieder. In dem Sinne wünsche ich euch eine coole Woche. Wir hören uns und sehen uns im nächsten Podcast. Bis dann und ciao. Macht's gut. Wir hören uns.